Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute mit einem neuen Video und ein Update Video zu Wallstreet Memes. Das Projekt wurde heute zum ersten Mal auf einer Exchange gelistet und zwar der dezentralisierten Exchange OKX. Und als es gelistet worden ist, waren die Leute empört. Die Empörung war groß und die Leute waren sehr enttäuscht. Weshalb die Leute empört waren und enttäuscht waren, das erkläre ich euch im heutigen Video und meine Meinung zu dem Ganzen. Auch gebe ich euch einen kurzen Einblick in ein neues Projekt, was vor ein paar Tagen gestartet hat. Und zwar hat der Pre-Sale vor ein paar Tagen gestartet und zwar glaube ich war es am 21.09. Und es konnte in wenigen Minuten einige USDTs einsammeln. Was das für ein Projekt ist und was ich euch über Wallstreet Memes heute sagen kann, das machen wir natürlich immer nach dem Intro. Da sind wir wieder. Freunde, bevor wir generell mit dem Video beginnen, eine kurze Sache. Falls ihr in Wallstreet Memes investiert seid, dann denkt auf jeden Fall dran, zeitnah eure Tokens zu claimen, weil es kann dann irgendwie zu Schwierigkeiten kommen, sodass du eventuell deine Tokens nicht bekommst. Ich muss sagen, bei mir hat das heute ganz easy geklappt. Ich habe die Benachrichtigung auf OKX bekommen. Kurz danach, so um die 10 Minuten später, habe ich dann angefangen und habe die Seite aufgesucht und versucht dann halt die Tokens zu claimen. Und zwar musste ich dazu natürlich ganz normal meine Wallet verbinden. Ich habe das selber über Metamask gemacht und ganz ehrlich, das ging voll easy. Da gibt es einen Button auf der Homepage, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wo ihr halt auf Claimen drückt. Und der verbindet dann die Seite mit der Wallet von dir, womit du die halt gekauft hast. Man hat die ganze Zeit davon geredet, dass man 30 USDT, also beziehungsweise Ethereum im Wert von 30 USDT haben sollte. Bei mir hat er 4 Dollar für das Claimen verlangt und ich habe meine Tokens tatsächlich nicht auf der Metamask wohl liegen lassen, sondern ich habe sie auf OKX gesendet. Einfach weil, falls der mal stärker ansteigen sollte, ja, dann habe ich halt nicht diese hohen Gasfees-Gebühren, wenn ich sie dann erstmal von Metamask nach OKX schicken muss, falls der preislich halt stark ansteigen sollte. Man weiß ja nie. Dann will ich halt diese Gasfees-Gebühren vermeiden. Deswegen dachte ich von Anfang an, da der ja noch preislich sehr niedrig ist, dass ich die einfach auf meine OKX-Wallet versende und dort aufbewahre. Und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Ich zeige euch das mal gerne. Ach ja, und der Transfer von Metamask zu OKX hat mich 2 Dollar, fast 3 Dollar gekostet. Also wenn es hochkommt, waren es um die 7 oder 8 USDTs. Also nix. Ich habe gerade Dollar gesagt, aber mit Dollar mache ich natürlich USDT, der ja daran gekuppelt ist. Also ich zeige euch das mal kurz, wie ihr da vorgehen müsst. Jetzt nicht ins Detail, aber ich kann euch mal kurz die Seite einblenden. Dafür gehst du einmal auf die Homepage und dann hast du hier auch schon die Möglichkeit, Just want to claim without staking. Dann klickst du da drauf und der verlangt dann, dass du halt deine Wallet, mit der du halt eingekauft hast, dass du die verbindest und dann gehst du hier drauf und schon funktioniert das Ganze selbstverständlich. Und ihr müsst dann halt die Gasfees-Gebühren bestätigen und ihr habt die Tokens auf eurer Wallet. Ich hatte auch schon im vorherigen Video erklärt, wie ihr generell vorgehen müsst, um die Wallstreet-Meme-Tokens in eurer Metamask-Wallet zum Beispiel anzuzeigen. Dafür müsst ihr einmal hier nach unten scrollen und die Contract-Adresse raussuchen. Und zwar ist das dann hier aufzufinden, what are the Wallstreet-Meme-Tokens-Details und dann gehst du hier drauf und hier hast du halt dann deine Adresse, die du dann in deiner Trust-Wallet oder Metamask-Wallet eingeben musst. Dann kannst du halt auf Token importieren gehen, dann klickst du das hier ein, copy-paste und bestätigst das Ganze und dann hast du auch schon Wallstreet-Meme-Tokens in deiner Wallet. Natürlich, wenn du deine Token geclaimt hast und dir in deiner Wallet anzeigen lässt, kommt da ein Betrag von 0 Dollar raus. Du hast nur die Anzahl deiner Tokens da drin. Weshalb das so ist? Weil Wallstreet-Meme noch nicht auf CoinGecko oder auf CoinMarketCap gelistet ist. Das ist der Hintergrund, weshalb er dir keinen Betrag anzeigt. Jetzt willst du aber halt sehen, wie viel Geld du damit gemacht hast beziehungsweise wie hoch dein Betrag ist, der da drin investiert ist oder welche Profile du damit gemacht hast. Dann kannst du gerne deine Tokens von deiner Metamask- oder Trust-Wallet-App nach OKX schicken, falls du dort halt auch einen Account hast und dann siehst du das Ganze und kannst da auch direkt verkaufen. Ich bevorzuge es, sie auf OKX zu behalten, weil falls der Preis nicht steigen sollte, wie ich es eben schon erklärt hatte, dann habe ich dort die Möglichkeit, die direkt zu verkaufen. Genau. Und dass ich großartig Gas-4x-Gebühren in Trust-Wallet-App oder in der Metamask-Wallet-App zahlen muss. Das ist einfach der Hintergrund für mich und ja, das wollte ich vermeiden. Warum sollte ich mein Stück vom Kuchen an andere abgeben, wenn ich den selber essen kann? Nun kommen wir ans Angemachte. Ich war heute in der Telegram-Gruppe von WallStreetMemes unterwegs und ja, da sind um die 30.000 Member und da ist im Sekundentakt einfach eine Nachricht nach der anderen, so dass du gar nicht hinterher kommst. Man hat aber gesehen, dass sehr viele Leute sehr enttäuscht waren und Scam geschrien hatten. Weshalb sie Scam geschrien hatten, der Hintergrund hier ist, dass man ja den Pre-Sale in 30 Phasen aufgeteilt hatte. 30 Phasen, wo von Phase zu Phase immer der Preis um 2% gestiegen ist. Am Ende der 30. Phase, als das Pre-Sale beendet worden ist, waren wir bei einem Preis von 0,0337 Dollar Cents, glaube ich, oder 3,7 Dollar Cents. Das Ding ist aber, man geht davon aus, wenn die Pre-Sale-Phase hier endet, deswegen ist es ja auch die Möglichkeit gegeben, dass man frühzeitig in Pre-Sale einkauft, damit man, falls es gelistet wird, davon profitiert. Was aber hier leider nicht möglich war. Weshalb war es nicht möglich? Der Hintergrund hier ist, dass als WallStreetMemes Tokens auf OKX gelistet worden sind, war der Listingpreis bei 0,02 Dollar Cents. Ja, ihr habt richtig gehört. Also, der Listingpreis war viel niedriger als der Pre-Sale-Preis, der bei 0,037 Dollar Cents liegt. Natürlich hört sich das jetzt nicht viel an, ja? Mein Gott, 1 Cent. Aber jetzt stell dir vor, du hast da 10.000 Dollar drinne oder du hast, keine Ahnung, 100.000 Dollar drinne oder wie auch immer, du hast einen großen Batzen drinne. Das heißt, er wird auf der Exchange gelistet und du machst direkt Minus. Ist das dann clever gewesen, in der Pre-Sale-Phase gekauft zu haben? Wer hätte gewusst, dass wir innerhalb der Pre-Sale-Phase teurer einkaufen, als man es kaufen könnte, nachdem es gelistet wird? Dann hätte das ganze Jahr eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Warum kauft man sich denn früh in der Pre-Sale-Phase ein? Damit man halt von den Gewinnen profitieren kann, falls es mal irgendwo gelistet wird, weil dann hast du ja eigentlich tief eingekauft und wenn es gelistet wird, steigt der Preis. So geht man halt meistens vor. Das war aber hier nicht der Fall. Was waren die Hintergründe dafür? Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Erklärung dafür. War der Hintergrund hier, dass die Leute hinter dem Projekt das extra so gemacht haben, damit die Leute nicht direkt abverkaufen, weil es macht ja keinen Sinn, teuer einzukaufen, niedrig zu verkaufen. Solange du nicht verkauft hast, verlierst du ja nicht. War ein Grund, dass man es so macht, damit das Projekt nicht gedammt wird, damit der Preis nicht gedammt? Alles offen. Oder war der Hintergrund hier, dass man doch Leute dazu bringt, einzukaufen, obwohl der Pre-Sale zu Ende ist, weil man halt die Möglichkeit vielleicht nicht hatte, im Pre-Sale einzukaufen und dass man hier bei OKX, weil es ja dort einfacher ist, trotzdem eine Möglichkeit hat, günstig einzusteigen und nicht zu denken, oh ja, man hätte in der Pre-Sale-Phase günstiger einkaufen können und jetzt wird das hier gelistet. Das heißt, es ist ja schon ein bisschen gestiegen. Somit mache ich dann halt eigentlich Minus, weil die Leute, die früh eingestiegen sind, die haben halt jetzt Plus machen können und wir kaufen jetzt teurer ein, als man es hätte machen können. War das der Hintergrund? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich versucht, da durchzulesen, aber ich bin nicht dahinter gekommen, was der Grund dafür ist. Ich habe sehr oft aber lesen können, dass OKX halt mit Wall Street Memes so verhandelt hat, dass der Preis auf 0,02 Dollar das jetzt festgesetzt wird, um dann halt auf OKX gelistet werden zu können. War es profitabel? Nein. War es sinnvoll, in der Pre-Sale-Phase einzuzahlen und zu kaufen? Nein. Verkaufe ich jetzt? Auch nicht. Warum sollte ich jetzt verkaufen? Ich meine, es ist ein spekulatives Projekt, was neu auf dem Markt ist. Es ist ein riskanter Invest, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt keine 15.000 Dollar reingepackt hast, ja, und einen kleinen Betrag reingepackt hast. Was hast du zu verlieren? Ja, was du zu verlieren hast, ist der kleine Betrag. Aber du weißt, dass ein Invest in ein neues Projekt riskant sein kann. Es ist gerade frisch auf dem Markt, es muss sich erstmal weiterentwickeln, ja, es ist gerade im Babyschüchen. Ja, mit der Zeit wird sich das wahrscheinlich weiterentwickeln, entweder positiv oder negativ, das werden wir dann halt in der Zukunft sehen. Aber, ähm, jetzt da hinzugehen und nur wegen ein paar, äh, Prozent Minus drängen zu müssen, ja, komm, ich stoße jetzt alles ab und verkaufe es. Nein, man muss der Sache ein bisschen Zeit geben. Die Leute denken, ein Projekt wird gelistet und zack, macht das eine Rakete 50.000 Prozent am besten, äh, plus und dann hat, ist man Milliardär oder Multimillionär. Äh, so ist das nicht. Nicht immer funktioniert das und manche Dinge brauchen halt Zeit, ja. Ein Baum, bis der wächst und du die Früchte ernten kannst und davon essen kannst und die genießen kannst, braucht auch Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass es garantiert ist, dass das Projekt um zig Prozent steigen wird. Will ich damit nicht sagen und dafür lege ich auch nicht meine Hand ins Feuer. Aber direkt am ersten oder zweiten Tag zu erwarten, dass das Projekt 2.000, 3.000 Prozent macht, auch möglich, war jetzt nicht der Fall. Muss es immer so sein? Nein. Auch wenn das Projekt eine starke Community hinter sich hat, heißt es aber nicht, dass direkt am ersten Tag so viel Prozent drin sind. Das wollte ich nun mal gesagt haben, ist jedem selbst überlassen, ob er verkauft oder nicht. Das zu Wall Street Memes. Nun einen kleinen Einblick in ein neues Projekt und mal schauen, was ich euch mitgebracht habe. Bevor wir hier auch beginnen, sage ich direkt, dass es hier eine Werbung ist. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem neuen Projekt um TG Casino. TG Casino Gaming Crypto hat sein Pre-Sale am 21.09. begonnen und konnte bereits in wenigen Minuten 140.000 Dollar einnehmen. Die Krypto-Glücksspiel-Industrie, auch als Gamble-File bekannt, erlebt derzeit einen starken Aufschwung. Wir hatten ja auch schon bereits mehrere Videos über unterschiedliche Krypto-Casinos gemacht. TG Casino ist das führende Casino auf Telegram und will neue Maßstäbe in Sachen Innovation und Mehrwert in diesem Bereich setzen. Warum ist das so? Welche Maßstäbe? Was TG Casino von anderen abhebt, ist seine Lizenzierung für Telegram-Casino und Sportwettenangebote. Dies verschafft dem Projekt einen Vorteil gegenüber nicht regulierten Wettbewerbern, also anderen Krypto-Casinos, die oft lax mit den Geldern ihrer Kunden umgehen. Darüber hinaus bietet TG Casino ein sicheres und aber auch ein reguliertes Umfeld für anonyme und schnelle Web3-Einzahlungen und Abhebungen. Es nutzt die Vorteile der Blockchain, um den Benutzern Vertrauen, Transparenz sowie einen einfachen Zugang ohne KYC und Sicherheit zu bieten. Wie wir hier sehen, beträgt der Preis eines TGC-Tokens zur Zeit 0,125 Dollar-Cents. Mittlerweile hat man 220.852 USDT einsammeln können und wir sind noch in der Pre-Sale-Phase. Das Ziel ist es, eine Million Dollar zu erreichen. Der TG Casino-Token basiert auf der Ethereum-Blockchain und hat insgesamt 100 Millionen Tokens im Umlauf. Schauen wir uns mal die Tokenomics an und wie die Tokens verteilt sind. 20% für das Liquidity Pool, 20% für die Staken Rewards, 40% für den Pre-Sale, 10% für Player Rewards, 5% für Affiliates und 5% für das Marketing. Neben der Telegram-Version wird TG Casino auch auf mobilen Geräten verfügbar sein. Es ist wichtig zu wissen, dass Smart Contract von TG Casino von Coinsalt, einer führenden Blockchain-Sicherheitsfirma, überprüft würde. Aber weshalb setzt man hier auf Telegram? Telegram ist nicht nur einer der am schnellsten wachsenden Messaging-Dienste, sondern auch einer der leistungsstärksten. Es bietet Automatisierung, Anwendungshosting und End-zu-End Verschlüsselungssicherheit. Telegram ist auch bei Krypto-Enthusiasten sehr beliebt, was es zu einem idealen Ort für Krypto-Projekte macht, um darauf ihre Produkte zu bewerben und die Akzeptanz zu steigern. Der TG Casino-Token profitiert von der Stärke der Telegram-Plattform, die bereits erfolgreiche Projekte wie Unibot hervorgebracht hat. TG Casino eröffnet ähnliche Möglichkeiten im Bereich GambleFi. Die Entscheidung von TG Casino auf Telegram zu setzen, auch hier nochmal ein Punkt, ist von großer Bedeutung, da Telegram weltweit über eine Milliarde Nutzer hat und denen 700 Millionen monatlich aktiv sind, die Anmeldung, Einzahlung und das Wetten mit TG Casino sind in weniger als einer Minute erledigt, was eine besonders reibungslose Benutzererfahrung in der Multimilliarden-Dollar-Online- Glücksspielbranche bietet. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Geschäftsmodell von Unibot zum Beispiel und aber auch TG Casino besteht darin, wie sie Einnahmen generieren. Unibot erhebt Nutzungsgebühren und besteuert den Handel mit seinem Token, während TG Casino auf bewährte Casino-Methoden setzt, um Gewinne durch Handel und den Hausvorteil zu erzielen. Der Unterschied besteht darin, dass TG Casino einen Teil dieser Gewinne an alle Token-Inhaber ausschüttet, insbesondere an diejenigen, die ihre Token staken. Dies bietet den Token-Inhabern eine zusätzliche Einnahmequelle und einen jährlichen prozentualen Ertrag. Der APY für frühe Staker, die ganz am Anfang dabei sind, liegt bei 4.660%, was für potenzielle Käufer äußerst attraktiv ist. Der Rückkauf- Mechanismus von TGC sieht vor, dass 40% der Tokens geböhnt werden und die restlichen 60% für Rewards verwendet werden, was sowohl die Knappheit als auch das Engagement der Spieler fördert. Der TG Casino Token will die Probleme seiner Konkurrenz vermeiden, bei dem das Steuersystem den Tokenpreis belastet. Insgesamt ist der potenzielle Markt für TG Casino enorm, da die globale Casino- und Online-Glücksspiel-Industrie 2021 bereits 262 Milliarden Dollar ausmacht und weiter wächst. Also aus diesen Zahlen, Daten, Fakten kann man entnehmen, dass die Krypto-Glücksspiel-Branche immer weiter und weiter stärker und stärker wächst. Also falls das euer Interesse geweckt hat, dann könnt ihr euch gerne das Projekt anschauen. Den Link findet ihr dazu unten in der Beschreibung. Ja, macht euch bitte selber schlau. Das war nur ein kleiner Einblick darüber, was das Projekt bewirken soll und was es macht. Und ja, es ist halt ein Projekt in der Krypto-Glücksspiel-Branche und ist nicht für jedermann was. Macht euch schlau, ob es was für euch ist und dementsprechend handelt gerne, wie ihr wollt. Freunde, das war es von meiner Seite aus. Eins will ich noch sagen, Freunde, wegen Wall Street Memes, ich lege meine Hand für nichts ins Feuer, aber ich will nur sagen, erwartet nicht allzu viel und denkt, dass ihr morgen Milliardäre seid und im gleichen Zuge kann ich auch sagen, denkt nicht nur, weil jetzt paar jetzt Scam rufen und das Projekt nicht so viel Prozent gemacht hat, dass es ein Scam ist. Schauen wir einfach mal, was sich mit der Zeit ergibt. Geht einen Tee trinken und schaut, was sich daraus entwickelt. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Falls das Video euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da und gebt dem Video einen Kommi, damit ihr den Algo pusht und natürlich nicht zu vergessen, der Glocke eine Nackenschelle zu verpassen, damit ihr immer informiert wird, wenn ich ein Video drobe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.